So meine Freunde, Tatütata, Alain Banguchi ist schon wieder da meine Freundchen und heute mit einem Experimentowitsch meine Freundchen. Ich bin gerade am Hauptbahnhof, ohne 1 Cent in der Tasche, ohne Para in der Cash, ohne Cash in der Täsch meine Freunde und heute will ich Experimentowitsch machen. Ich habe den 9 Euro Ticket, ich meine so, ich habe den 9 Euro Ticket und ich werde heute in irgendeinen beliebigen Zug einsteigen, egal wohin die Reise geht, mir egal meine Freunde. Ich werde blind in einen Zug einsteigen und losfahren, egal wohin meine Freunde, ohne 1 Cent. Und ich werde mich rumfummeln, rumgeiern, rumbetteln meine Freunde, Pfandflaschen sammeln oder so, oder ich weiß nicht. Aber ohne 1 Euro versuche ich zu überleben meine Freunde, in irgendwo, im Nirgendwo. Keine Ahnung was passieren wird, aber ich hatte einfach Bock darauf. What's up? So meine Freunde, es fängt schon mal gut an. Wie gesagt Leute, ich habe Bock, jetzt wird es geballert, Kollegas. 9 Euro Ticket auf Nackenregel. Das ist die neue Show von Alan Bangowitsch auf Nacken. So meine Freunde, ich suche hier gerade so einen Plan, weißt du, wie bei Flughafen, aber ich finde das gar nicht. Gibt es hier irgendeinen Plan, wie bei Flughafen, wo ich so Augen zumachen kann und so drücken kann, wohin ich fahre oder so, weil ich finde gerade gar nichts. Okay meine Freundchen, ich habe gerade gesehen, hier gibt es einen Plan. Ich habe gesehen, sie guckt gerade nach dem Plan und ich glaube, das ist der Plan für alle Züge. Das ist der Plan für alle Züge, oder? Ja. Ah, okay. Okay, danke schön. Okay. So meine Freunde, jetzt wird es gerätselt, gerätselt, meine Freunde. Hier sind alle Züge. Jetzt ist ungefähr 10 Uhr, meine Freunde. Und ich werde hier ab 10 Uhr, hier ist 10 Uhr. Ab 10 Uhr werde ich irgendwo drauf drücken, meine Freunde, okay? Ich wünsche mir Glück. Ey, ich habe keinen Bock, irgendwo in einem Dorf zu landen oder so, weil da sterbe ich, weil ich werde da sterben. Leute, das Problem ist, dass es ein ICE. Mit ECE kann ich nicht fahren auf Nackelfall oder Ticket. Das geht ja gar nicht. Also mache ich nochmal. So meine Freunde. Okay. Rostock. R-E-5-Rostock. Leute, wo ist Rostock? Wo ist Rostock? Ich weiß nicht. Ist es oben oder unten? Was, Bruder? Ich gehe gerade zu meinem Zug und ich habe jetzt gerade gemerkt, ich habe keine Maske. Ich habe keine Maske und ich habe keinen Cash. Ich muss Maske auf Nacken klären. Oder was soll ich machen? Wie soll ich jetzt ohne Maske in den Zug einsteigen, Leute? Ey, Kollege, habt ihr Maske auf Nacken für Alan Bankowitsch? Maske, weil ich habe keine Maske dabei. Nein? Okay, alles gut. Danke, ja. Kannst du gehen? Yo, danke, Bruder. Leute, danke, Bruder. Ey, Leute, guck mal, ich habe gegönnt. Ich habe gegönnt, auf Nacken, Kollege. Maske sofort beim ersten Versuch. Maske geregelt. Danke, Bruder, ja. Es ist auf jeden Fall viel los. Na, Leute, ab nach Rostock, ja. So, Leute, ich bin nicht der Einzige, der nach Rostock will, auf Nacken von 9 Euro Ticket. Die Brees wollen auch. Die Brees wollen auch auf jeden Fall nach Rostock auf Nacken von Deutschland. So, Leute, es hat sich auf jeden Fall was geändert. Es ist ja nicht auf Gleis 5, sondern auf Gleis 6, meine Freunde. Nun, alle Leute, die auf Nacken von Deutschland nach Rostock ballern wollen, alle wechseln jetzt die Gleise, meine Freunde. Habt ihr gesehen? Nacken. Der Zug auf Deutschlands Nacken ist gekommen. Die Leute steigen ein, weil Deutschland hat bezahlt. Ich hab irgendwie keinen Bock oben, weil ich hab grad gesehen, was da abgeht. Besser chill ich hier, ja, anstatt da hochzuballern, meine Freundchen. Gar keinen Bock. Okay, meine Freunde, ich hab Kontakte auf jeden Fall hier schon geregelt und Platz bekommen auf Nacken. Der Bratan hat mir auf jeden Fall geklärt. So ist das, meine Freundin. Kontakte regeln. Kontakte sind das Wichtigste, Kollegas. Jetzt Platz geregelt, Kollegas. Ich bin gerade im Rostock Bahnhof. Bruder, ich hab schon gedacht, das ist schon ein normaler Bahnhof und nicht einfach irgendein Schrott. Alter. Sieht einfach aus wie so ein Dorfbahnhof. Ich bin wirklich gespannt, ob hier überhaupt jemand wohnt. Ich hab gegoogelt, Rostock ist eigentlich eine große Stadt, also besser gesagt eine Kleinstadt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der Bahnhof ausschaut wie Dorfbahnhof, Alter. Was ist das für ein Dorf? Yo, 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 Leute. Ich bin jetzt hier Rostocker Bahnhof. Meine Freunde, was ist das für ein Dorf? Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin, Leute. Kein Mensch ist hier. Kein Mensch ist hier. Ich seh hier ein paar Jungs, ein paar Bratans. Ich frag dich auf jeden Fall, was kann ich hier holen auf jeden Fall. Kollegas, sprechen Sie Deutsch? Deutsch sprechen? Kollegas, eine Frage. Ich bin alle am Ballern und ich hab null Euro in Taschen. Ich will aber hier ein bisschen Urlaub auf Nacken machen von Deutschland. Wo kann ich Cash holen? Deutschland hat mir 9 Euro bezahlt, Ticket, Digga. Aber kein Cash in der Tasche. Ich will auf Nacken Urlaub. Hä? Kollegas, ich glaub, hier versteht mich kein Schwein. Ich weiß nicht, was soll ich jetzt machen? Was ist das? Okay, meine Freunde, das sieht gut aus. Ja, das sieht echt gut aus. Rostock Zentrum. Da muss ich hin. Ich weiß nicht, vielleicht hier ist es so, dass am Bahnhof gar nichts los ist. Und im Zentrum ist was los, meine Freundchen. Ich weiß nicht, wir gucken mal. Wir gehen Richtung Rostock und da ist ein Bratans. Ich glaub, er weiß, was abgeht. Ey, Kollegas. Nee, hau ab. Kollegas. Hau ab. Warum hau ab? Ich wollte nur was fragen. So, meine Freunde, fängt schon mal gut an hier. Kollegas. Ja? Guck mal. Das ist die neue Ruheerlifte-Show auf Nacken. Auf Nacken. Und ich hab keinen Parer in der Tasche. Und ich brauche Cash. Wo kann ich hier Cash holen? Und schlafen so eine Runde so, weißt du, weil ich muss so irgendwie so regeln, Kollegas. Ich hab keinen Parer in der Tasche. Auf Nacken heißt die Show. Ja, dann fehlt nach Wandermünde. Also einfach auf den Strand. Gibt es ein Freibett. Aber du kannst, ich glaube, das übernachten, ja. Und mit schöner Aufsicht. Denke so, oder? Okay. Was ist Wandermünde? Wandermünde ist ein Strand. Das ist die letzte Haltestelle von Dorstow. Du nimmst einfach von hier S8 oder eine Strassebahn von hier. Also ich meine, das, wie heißt das? U-Bahn. Okay. Und fehlt so einfach die letzte Haltestelle, das Wandermünde heißt. Und da gibt es Bett oder was? Ja, nicht wie Bett, wie einfach von Entspanen. Da gibt es wie Bett, Stuhl oder sowas. Ganz von der Frontur, also von Strand. Ah, okay. Ja, wo ganz Entspanen, ja. Kostellos. Und ich kann da Penne, sagst du? Ja. Geil. Okay, Kollegas, der Bri hat mir empfohlen, ich muss nach Warnermünde. Er meinte, da gibt es Leute und wir müssen Leute suchen, weil bei Leuten gibt es Para in der Tasche. Cash in der Tasche, meine Freundchen. Ja, wir können es ja auch mal genau aus. Leute, ich habe keine Ahnung, wo bin ich gelandet. Was ist das? Was ist das? Was ist das, Leute? Erzählt mir mal, bitte. Hier ist viel los. Ey, Bruder, fahr nach Warnermünde. Da ist viel los. Das ist viel los. Ist tot. Okay, meine Freundchen, da ich langsam ein bisschen Hunger bekomme, habe ich jetzt mich überlegt. Überlegt, ich gehe zu Backfisch Udo Haifisch und werde ein bisschen Storres, meine Freunde. Vielleicht klappt es, meine Freunde. Vielleicht nicht, vielleicht klappt es. Wir gehen mal hin. Hallo, Maestrović. Hier ist Deutschlands Show auf Nacken. Ich mache einen Vlog ohne Geld Essen kassieren. Kann man was auf Nacken bekommen hier? Nein, Moment, aber nicht. So, Leute, es wird gerade geregelt, ob ich was auf Nacken kriege. Wir gucken. Kollegah, das ist die Deutschland 30. Show auf Nacken. Ich laufe ohne einen Cent durch die Straßen. Kriege ich was auf Nacken? Nacken? Ja. Irgendwas auf Nacken. Einfach so, weil ich laufe mit 0 Euro und versuche einfach mit 0 Euro irgendwas zu klären. Okay, kriegst du. Okay, meine Freunde, der Bray hat gesagt, ich kriege was auf Nacken. Das ist auf jeden Fall stabil, Kollegah. Was kriege ich? Egal was. Egal was. Ja, ja. Danke, Kollegah. So, meine Freunde. Udo, Udo, Backfisch Udo hat auf Nacken geballert, Kollegah. Das ist Baba. Eret Manowitsch, der Bray ist Eret Manowitsch. Aber ich glaube, du bist nicht der Udo von Backfisch Udo. Nein, ich bin nicht der Udo. Wer heißt du? Katale. Katale? Wir stechen zu Katale. Knoblauchsoße oder Remoulade? Was machst du? Äh, Knoblauchsoße. Knoblauchsoße. Okay, meine Freunde, vielen Dank, Kollegah. Und aufpassen auf Möbel. Die klauen deine Nässe. Echt? Ja. Okay, meine Freundchen, die dreiste Show auf Nacken geht weiter, meine Freunde. Hier, Lachs kassiert. Leute, Lachs. Das ist nicht einfach irgendwie Hartz IV essen, sondern Lachs, meine Freundchen. Jo, meine Freundchen, das Zeug schmeckt so geil. Beste Qualität und Hauptsache, es ist auf Nacken. Auf Nacken schmeckt immer am besten, Kollegahs. Jo, meine Freundchen, hier Bratanovic hat mich erkannt und er hat auf Nacken, was für mich? Bruder, Katies, ja? Aber ohne Schweinefleisch? Nein, Bruder. Stabil. Guck mal, sogar vegan, damit du nicht verhungerst, Digga. Geil, geil, geil. Okay, meine Freundchen, auf Nacken kassiert. Sogar in Rostock gibt's Kenne. Baba, Digga. Du bist der einzige Kenne in Rostock, Digga. Ciao, Bruder, ja? So, 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 meine Freunde, hier ist der Strand von Rostock. Rostock hier, so sieht's aus hier. Ich weiß nicht. Irgendwie gefällt's mir gar nicht. Keine Ahnung. Strand ist Strand, aber ist komisch irgendwie. Ich weiß nicht. So, meine Freunde, wir fragen einfach die Passanten. Ey, Kollege, eine Frage. Wissen Sie, wo hier so ein bisschen Action so gibt's? Weil hier sind nur so Rentner, wie ich sehe. Kann ich Ihnen gar nicht sagen. So ein bisschen Chayas und so Party, Mati. Das zeigt mir überhaupt nichts. Wissen Sie gar nicht? Nein. Okay, also Sie sind selber aus Rostock, oder? Nein, nein, ich bin Tourist. Achso, auch Tourist? Ja. Ghetto-mäßig, oder? Ja, ja. Einfach so chillen ein bisschen? Ja, ja, genau. Ah, okay. Okay, super, okay, super. Okay, danke schön. Dann suche ich jemanden, der Ahnung hat, wo so Chayas gibt. Genau. Kommen Sie mit auf Party so ein bisschen? Nee, ich weiß ab, Leute. Ah, okay. Okay, dann viel Spaß, Kollegachin. Ciao, ciao, ja? Hier ist mir zu wenig Action, meine Freunde. Ich muss hier weg, meine Freundchen, weil ich brauche Party-Action und ich brauche Cash. Yo, Leute, denkt ihr, ich kann hier auf Nacken auf dem Schiff draufballern? Aber hier steht verboten, Zutritt ist verboten. Wir gucken mal Schiffe. Vielleicht kann man auf Nacken draufbrettern, meine Freundchen. Einfach auf Nacken. Ey, Kollegach, kann ich auf Nacken schiffballern? Hallöchen. Ich bin Alain Ballern. Ich mache eine Show auf Nacken. Eine kostenlose Nackentour. Geht das bei euch? Was ist das? Was ich mache? Naja, dass er bei uns kostenlos mitfangen kann. Ja, alles Gute. Fanzig, Fanzig, bitte. Okay, cool, super, meine Freunde. Auf Nacken hat geklappt. Beste Firma, War No Star. Guck mal hier, War No Star. Danke, Kollegach. Viel Spaß. Das ging einfacher, als ich gedacht habe, meine Freundchen. Nackenowski. Entschuldigung, sind Sie auch hier auf Nacken? Auf Nacken sind Sie hier, oder? Auf was? Auf Nacken. Ah, okay, alles gut. Okay, meine Freundchen, ich glaube, ich bin hier der Einzige, der auf Nacken ist. Wir gucken, wie es ablaufen wird. Jetzt gibt es Schiffrundfahrt auf Nacken. Es ist schon mal eine gute Bilanz, meine Freunde. Ich habe Gunnibärchen auf Nacken kassiert. Ich habe Essen auf Nacken kassiert. Ich habe Schiffrundfahrt auf Nacken kassiert. Jetzt fehlt noch, ich weiß nicht, was noch fehlt. Mir reicht schon alles, meine Freundchen. Abendessen noch, dann ein bisschen pennen irgendwo auf Nacken. Und dann ist alles top, Kollegach. So, meine Damen und Herren, willkommen auf meiner Bootsstore von Alain Ballern. Guck mal, hier sind Boote. Boote stabil, wie in Monaco, Kollegach. Ungefähr wie in Monaco, oder? Seid mal ehrlich. Guck mal, die chillt einfach und filmt in so einer magersüchtigen Statue. Ich habe gar nicht gecheckt, warum man eine magersüchtige Statue filmt. Ich verstehe nicht. Keine Ahnung. Guck mal, da ist Wasser. Und hier ist Schiff. Schön, schön, ein großes Schiff. Da winkt irgend so ein Kollegah. Hallo, Hallöchen, Ahmed, alles gut bei dir, Salami. Hallo. Das ist ein schönes Schiff auf jeden Fall. Cool, sieht schön aus. Toll, toll, supi, supi. Guck mal, da sind Möwen. Möwen fliegen, so wie Adler ungefähr, oder? Seid mal ehrlich, ein bisschen gruselig, aber auch ein bisschen süß. Guck mal, Möwen sitos. Guck mal, die fliegen, fliegen und da chillen die. Guck mal, die chillen, chillen ihre Cojones. Guck mal, da ist irgendein Multimilliardär, Triller, der bestimmt hat sich eine Yacht gegönnt. Eine kleinere Yacht oder was weiß ich. Und da chillt er, wie gesagt. Chillt seine Eier mit seiner Frau oder was weiß ich, meine Freundin. Entspannung sei ihm gegönnt. Ist schön, stabil, Kollege. Und hier auf jeden Fall riesiges Schiff. Irgendwas mit Hybrid. Wahrscheinlich ohne Benzin oder so. Oder ohne Likör, was weiß ich. Und hier ein Haus. Riesiges Haus. Guck mal, ein schönes Haus. Toll, supi, dupi. Haus ist schön. Und hier ein Hotel. Ich habe keine Ahnung, warum dieses Hotel so gelobt wurde. Aber es wurde gelobt. So ein auf den. Wow, wow, wow. Super Hotel. Sieht schön aus, aber ist zu teuer wahrscheinlich. Kein Bock. Und hier, Bratanowitsch wartet natürlich auf sein Boot, dass wir wieder kommen. Er hat auch Bock auf Rundfahrt. Er hat Bock, Kollege. Hallöchen, Bratan. Wir sind gleich da. Kollege. Yo, yo. Danke, Kollege. Viel Spaß, ja. Ciao, ciao. Viel Spaß noch, ne? Danke, Kollege. Ciao, ciao. So, meine Freunde. Auf Nacken geht weiter, Kollege. Wir gucken mal. Wir gehen jetzt einfach in die Innenstadt, weil hier ist ein bisschen tote Hose, Kollege. Und ich muss irgendwo pennen, übernachten, Leute. Deswegen, meine Freunde, ich penne ja hier nicht am Strand, Kollege. Ich brauche Luxus. Luxus auf Nacken. Deswegen, jetzt ab geht's Richtung Stadt. Ich bin jetzt wieder am Hauptbahnhof. Zweiter Versuch. Zweiter Versuch, Action zu finden. Ich war da gerade im Renten-Asylheim. Da war Katastrophe. Fast eingefällt, meine Freunde. Aber ich bin jetzt wieder am Hauptbahnhof. Hier ist auch Katastrophe. Ich penne gleich ein, aber ich habe gehört, da ist irgendwo Stadt, bitte. Ich gehe jetzt zur Stadt, bitte. Und hoffe, ich finde Leute. So, meine Kollegen, da ist Dic, Schuhabibi. Guck mal, ich bin von Deutschland. 30. Show auf Nacken. Und ich reise durch ganz Deutschland auf Nacken für 0 Euro im Tisch. In den Tisch. Und ich wollte fragen, kann man hier Kaffee-Cappuccino auf Nacken ballern? Kannst du irgendwie auf Nacken was regeln, Kollege? Auf Nacken? Ja. Ja. Irgend so klein, aber fein, weißt du, so für den Magen, weißt du? Jo, danke, Kollege. Ich küss dein Herz. Danke, Bruder. Herzowitsch. Ehrenmann. Ahla, ja, salami. Dankeschön. Es läuft besser, als ich gedacht habe, meine Freunde. Jeder bis jetzt, jeder, den ich gefragt habe, auf Nacken, hat auf Nacken gehebeln. Ich glaube. Leute, ich glaube, ich habe den Trick herausgefunden, wie man jeden Tag auf Nacken ballert, meine Freunde. Ihr kauft euch eine Kamera, egal welche Kamera, meine Freunde. Ihr kauft euch Mikrofon und läuft einfach durch die Straßen und sagt, hey, Kollege, ich bin YouTuber, kann man auf Nacken ballern. Jo, jo, meine Habibis, guckt mal. Auf jeden Fall, die Stadt ist so, keine Ahnung, so altmodisch oder mäßig. Ich habe keine Ahnung, was soll ich dazu sagen. Irgendwie gefällt es mir, irgendwie aber auch nicht. Ich liebe Berlin. Ich habe mich in Berlin wirklich verliebt in diesen zwei Jahren, wo ich da wohne. Und jedes Mal, wenn ich weg bin, will ich wieder zurück nach Berlin, meine Freunde. So, Leute, mir wurde gesagt, neuer Markt ist viel los, da ist die ganze Party. Das ist neuer Markt, hier ist tot. Wo ist viel los? Wer will mich eigentlich verarschen? Was hat... Schuja Salamé. Ich sage offiziell, meine Freunde, offiziell, Rostock ist tot. Sie haben zu mir gesagt, das ist voll, das ist voll, oder was? Okay, meine Freunde, ich habe jetzt Insider-Tricks von den zwei bekommen. Also? Sie haben zu mir gesagt, hier ist Schrott, oder? Ja. Also du müsstest jetzt quasi vom neuen Markt, mit der Eins, ich bin auf YouTube, da hinten irgendwo nach da fahren, Richtung Schmal. Folgt mir auf Instagram, verstehe. Und hier ist mit dem Kleinen. Gibt es hier Kanaken in dieser Stadt? Ja. Du bist Kanake? Ja. Und du Deutschpapiere? Ja. Ich brauche wo Kanaken, Chile. Geht mal komplett geradeaus. Und dann steht da ganz groß, Katja, fehlt das so ein Einkaufszentrum, wie heißt das? Einkaufs... Ja. Passage, ja. Oder schön die ganzen Kanaken. Okay, Leute, letzter Insider-Tipp. Die haben mir gesagt, da sind Kanaken, da gibt es Action. Wenn da nichts los ist, wie immer, ich gehe nach Hause. Ich gehe jetzt, ich packe jetzt ein und fahre wieder nach Hause. Ich will diese Stadt nicht mehr sehen. So, meine Kollegen, ich habe hier einen Brunnen entdeckt, ja. Ich frage mich wirklich, wer das gebaut hat und wer darauf kam, einfach so. Und die Frage ist, jede Architektur, Skulptur hat keine Klamotten an da. Die Frage ist natürlich, was machen die da alle zusammen? Und die letzte Frage ist, worauf wartet das Wildschwein? Was ist das für eine Position? Was ist das, Kollegen? Kann mir jemand erklären, worauf dieses Wildschwein wartet? Ohne Witz. Was ist die Intention von dem Wildschwein? Das ist das Interessante hier an dieser Architektur, Skulptur. Oder bin ich vielleicht kein Künstler oder ich verstehe keinen Sinn der Kunst? Bin ich vielleicht dumm oder so? Also, worauf wartet das Wildschwein? Woher kommst du, Bruder? Bruder, aus Syrien. Syrien, ja, Salame. Bruder, warum gibt es hier keine Kanaken, Bruder? Penix, ich suche Penix, keine. Oh, doch, Bruder. Welche? Egal, nicht. Doch, gibt es aber ein bisschen, Bruder. Also, ein bisschen Kanaken gibt es. Ein bisschen Kanaken. Okay, Bruder. Guck mal, eine Frage an dich, Digga. Das Ding ist, ich bin jetzt hier komplett alleine. Ich habe kein Geld. 0, 0, guck mal, 0, 0. Wie alles gut, Bruder, ich glaub dir. Warte, ich habe 0,00 Koppé. Und ich will heute irgendwo übernachten. Sonst schlafe ich auf der Straße. Kann ich bei dir pennen? Na komm, Bruder, steig ein. Steig ein. Was? Ja, komm. Bruder, steig noch ein, Digga. Ich muss Schutzgeld zahlen oder so. Bruder, du machst Spaß. Nein, natürlich nicht, Bruder. Komm. Wie? Komm, steig ein. Kann ich bei dir schlafen? Ja, natürlich. Wir sind Araber, Habib. Komm. Leute, soll ich einsteigen? Letzte Video von Alain Ballern. Jetzt werde ich entführt von Großfamilie. Ja, Salame. Tschüss, stabile Auto. Was ist das? Hä? Audi A5. Audi A5? Tschüss, tschüss, tschüss. Leute, ich wusste gar nicht, dass es so einfach ist. Einfach Leute fragen und sofort kommt jemand. Das war der Erste, den ich gefragt habe nach Übernachtung. Sofort ja. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Wir gehen jetzt zu dem Bratanowitsch, auf jeden Fall echt korrekt, Bruder, sofort haben sie gegönnt. So, sofort auf den Nackenschlafplatz kassiert, meine Freundin. So, meine Freunde, wir haben ein bisschen Kaffee-Cappuccino auf den Nacken von Khaled geballert. Arabischer Kaffee ist sehr, sehr lecker, aber der Abend war nicht vorbei. Die haben auf jeden Fall gesagt, dass jetzt Abu Hadid kommen wird. Abu Hadid ist sowas wie Vater von Stein. Er hat seinen Namen auf jeden Fall verdient. Ja, er ist Vater des Steins, er ist Steinvater. Bruder, ich bin heute gekommen, hab Auge zugemacht bei Ballhof Berlin. Auge zugemacht, gedrückt, so irgendwo. Ich hab gesehen, Rostock. Ich bin losgefahren, Digga. Ja, und jetzt bin ich mit dir im Auto. Ich kenn dich nicht. Nie im Leben gesehen, Digga. Aber wir tun jetzt ein, auf den wir kennen uns zehn Jahre und so, Bruder. Weißt du? Ihr könnt mit null Euro einfach so eine fette Party machen. Auf einmal sitzt ihr schon im BMW mit, wie heißt du? Abu Hadid. Abu Hadid, ja, Salameh. Fette Party, meine Freunde. Und ihr ballert schon durch Rostock. Wie gesagt, was ich damit erreichen wollte, ich wollte einfach gucken, kann man einfach nur mit Leuten labern und einfach neue Leute kennenlernen irgendwo. Bruder, ich bin auf einmal bei Arabern im Auto gelandet und wir fahren Richtung irgendwo im Nirgendwo, Bruder. Guck mal hier. Und das mit zero Euro. Bester Tag. Salameh. Al-Ariz. Die Show auf Nacken läuft weiter. Hier gibt es auf jeden Fall Essen auf Nacken. Der Bratan hat spendiert. Ich küss dein Herz. Ja, Salameh. Sehr gerne, Bruder. Geil, Bruder. Ich küss dein Herz, Bruder. Ehrenmann. Leute, es ist so. Guck mal, ich sag euch ganz einfach. Ich wusste, wo ich mich melden soll, Mann. Wenn du willst, Gastfreundschaft, dann musst du zu Araber gehen, Bruder. Egal, welche Stadt, Bruder. Du musst Araber suchen, Bruder. Dann passiert sowas, Digga. Bruder, ich hab dich nie im Leben gesehen, Bruder. Und ich bin schon wie... Bruder, ich bin selber Araber geworden auf einmal, Bruder. Ich bin auf einmal von Großfamilien Al-Baitia Salameh. Okay, Leute. Jetzt wird es gegönnt. Meine Kollegen, Kollege Ando. Bruder, ich spiel voll. Wie viel schien das nicht, Bruder? Wir sind Araber. Du musst... Das gehört dir. Nein, nein, nein. Ich leide das. Bruder, ich spiel voll, Bruder. Wie viel schien das, Bruder, nicht? Bitte. Nur ein bisschen hier. Bruder, ich spiel voll. Das gehört dir. Bitte, Bruder. Bruder, ohne Witz. Ich spiel voll. Danke. Oh, Bruder. Du hast nichts gegessen, aber... Bruder, du hast nichts gegessen, Bruder. Bruder, ich spiel voll. Ich habe halbe Dings gegessen. Ja, escht doch. Wir, guck mal. Nach dem Essen haben meine Braters aus Syrien Bock bekommen zu tanzen. Und Kinder, was jetzt passiert, bitte nicht nachmachen. Auf gar keinen Fall. Die Jungs sind Profis. Das, was jetzt mit Feuer passieren wird, niemals nachmachen, Kinder. Bitte, ich bitte euch. Das sind Profis, sage ich nochmal. Profis. Ja. 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 soja salamis wir sind es endgültig zu hause angekommen und jetzt werden eine rutschen kollegas jetzt gehe ich pennen 0 euro 0 0 heute auf nacken ok meine freunde gute nachtowitsch kollegas arbeit hast du gedacht rostock ist erlaublich oder was aber alle musst du arbeiten kein rohr in deutschland wirst du zu jobcenter gehen oder war arbeit der salami natürliche selber machen arbeiten erste lieferung malam haben wir hat mich richtig gefreut haben richtig was gemacht inshallah machen wir da waren wie wenn ich nach berlin kommen oder du bist bei mir in berlin will kommen ich habe bei dir eine reine so meine habibis das war das experiment vielen dank an alle leute die mich unterstützt haben in rostock ich küss eure herzen meine freundchen das war das experiment mit nur euro urlaub machen auf nacken von deutschlandowitsch ich küss eure herzen wir sehen uns bei dem nächsten video